Was machen Sie denn da? Du kannst hier nicht rumpinkeln. Sie können hier einfach pinkeln. Kommst du noch mit los. Glaube ich jetzt gar nicht, oder? Ich muss ja halt so ganz dringend. Geht hier gar nicht. Entschuldigung. Los, die Händen stellen. Los, Füße auseinander. Weiter nach hinten. Gibt's ja gar nicht. Aber ich wollte doch nur pinkeln. Ja, ja, dann sagen Sie alle. Ja, das hier und nicht von meiner Nase. So, Sie wissen genau, was Sie gemacht haben, oder nicht? Ich habe nur uriniert. Ja, genau so sieht es aus. So, rein ins Auto. Ja, okay. Los bitte los, dich. So, Entschuldigung. Und tschüss, noch einmal. Ich habe doch Geburtstag. Wie Geburtstag? Geburtstag? Ja. Ja, dann dürfen Sie aussteigen. Na komm, dann sind wir aber auch nicht so, ne? Gut, dann alles klar. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Roland. Happy Birthday to you. So, jetzt machen Sie den Abgang. Tschüss. Tschüss. Tschüss.